Hallo Leute, Marc Bellinghaus, euer Influencer. Guckt euch mal dieses Wahnsinns-Motiv an. Ist das nicht geil? Ich bin in Billerbeck, aha, und die Glocke schlägt. Dann gehen wir nachher mal hin zu diesem Dom. Und ich wollte euch nur diesen wunderschönen Mauer zeigen. Sieht so geil aus, wie, ich weiß nicht, ob das irgendwie Teil der Stadtmauer ist. Und dann diese beiden Stühle dazu. Es ist wirklich wunderbar. Ja, und ich wollte nur sagen, die Panne wird gerade behoben. Der meint, es ist wahrscheinlich die Zündkerze. Und ich habe jetzt so einen ganz tollen Ibiza, ein Seat Ibiza habe ich bekommen. Mal gucken. Also, über die andere Sache reden wir noch. Und, wie gesagt, es ist schon richtig schön, sieht das hier aus. Also, keep on going, bye.